Hi Leute und herzlich willkommen zu ein neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 43.300 US-Dollar. Wir sind nach unten gedammt, war aber im Endeffekt vorhersehbar. Also wir haben ja die letzten zwei Tage oder drei Tage immer wieder davon gesprochen. Die 43.000 US-Dollar sind noch nicht wirklich abgehakt. Im Endeffekt ist das jetzt genau passiert, was wir eigentlich gedacht haben. Was wahrscheinlich passieren wird aufgrund RSI etc. pp. Werden wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und heute Abend 19 Uhr auf YouTube Livestream. So wie jeden Donnerstag freue ich mich drauf, wenn wieder viele von euch dabei sind. Wir besprechen Altcoins, beschauen, was könnte eventuell jetzt noch am Ende der Woche noch so passieren. Altcoins etc. pp. Ihr kennt es. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 43.300 US-Dollar. Wir sehen hier, dass wir gestern nochmal rasant nach unten hingefallen sind, nachdem es wieder von der FAT ein paar Aussagen gab, dass der Leitzins doch ein bisschen schneller erhöht werden soll. Bla, bla, bla. Ganz normaler FAT im Endeffekt, was wir die letzten Wochen immer wieder gehört haben. Aber gut, sowas wird halt gerne genutzt, um einfach nochmal die Kurse zu dumpen. Von der Bitcoin-Konferenz gibt es bis jetzt nichts Neues. Also ist ja jetzt gestern erst gestartet. Beziehungsweise geht heute erst richtig los. Also mal gucken, ob da noch irgendwelche News etc. pp. kommen. Ansonsten, wir sind durch den Monats-Pivot gefallen, haben ihn jetzt auch erstmal als Widerstand getestet. Unsere gelbe Trendlinie hält erstmal noch. Wir hatten keinen 4-Stunden-Close darunter, wurden wieder aufgekauft. Volumen ging einigermaßen. Wir haben den RSI relativ weit unten auf dem 4-Stunden-Shirt zwischenzeitlich bei 23,89. Mittlerweile ein bisschen eingependelt, so bei 25,26. Also auch schon relativ tief. Wir haben unsere Demand-Zone hier unten getestet. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das war ja auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, 200er EMA, Demand-Zone, Trendlinie. Also da kam echt eine Menge hier zusammen. Da haben wir jetzt erstmal so einen kleineren Bounce gesehen. Ich erwarte jetzt erstmal eine kleinere Konsolidierung. Vielleicht eine Erholung, dass wir jetzt erstmal so einen kleinen Move nach oben sehen. Vielleicht im Laufe des heutigen Tages möglicherweise einen doppelten Boden bilden. Nochmal in den Bereich von 42.800 US-Dollar kommen. Und dann versuchen nochmal einen Run nach oben hin. Zumindest in diese Trendlinie nach ungefähr 45.800 US-Dollar zu versuchen zumindest. Ansonsten können wir uns mal ein bisschen so ein bearisches Preistarget angucken, nachdem wir jetzt schon wieder im riesigen Bärenmarkt sind oder den riesigen Crash hinter uns haben. Wobei man vom Crash hier meines Erachtens überhaupt nicht reden kann. Das war eine ganz normale Korrektur. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal den Daily an. Ansonsten FIP-Level von der Korrektur, sage ich jetzt mal. Wir nehmen es jetzt mal von dieser Korrektur bis zu unserem High. Würde ungefähr bedeuten, dass wir einen Golden Pocket im Bereich der 39.6 bis 39.2 haben. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier auf jeden Fall nochmal diesen Bereich testen. Hier unten liegt auch noch der Monats-S1 und noch ein paar mehrere überschneidende Demand-Zonen. Also ausschließend möchte ich es momentan nicht. Ich gehe aber jetzt momentan auch nicht davon aus, dass wir jetzt sofort da runter gehen. Also ich vermute jetzt, dass wir trotzdem erstmal so ein Retracement nach oben hingehen. Vielleicht noch ein bisschen auch in dieser Art Bull Flag. Wobei jetzt Bull Flag jetzt ehrlich gesagt nicht so der passende Begriff dafür ist. Erstmal ein bisschen konsolidieren. Hier vielleicht ein neues Retracement nach oben hinkriegen. Bevor wir dann möglicherweise doch nochmal in den Bereich von 39.000 bis ungefähr 40.000 S-Dollar gehen. Also das ist jetzt momentan so das Worst-Case-Szenario, wo ich sehe, wobei von Newsseite erstmal nichts kommen sollte. Korrektur hat jetzt eigentlich relativ heftig eingeschlagen, auch auf dem 4-Stunden-Chart. Ansonsten dieser Bereich da unten war jetzt momentan Worst-Case. Ansonsten Retracement nach oben. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz noch den Daily-Chart an, ob es da noch irgendwas Besseres zu sehen gibt. Da können wir auch sehen, okay, der Error ist ein, nachdem wir hier oben bei ungefähr 71 waren. War es ja schon kritisch, sage ich mal, ob wir da jetzt wirklich noch weiter steigen sollen. Wir waren in einem überkauften Bereich erst einmal. Korrektur ist jetzt gekommen. Mittlerweile sind wir unter 50, also bei 47 im RSI. Ist schon mal eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir jetzt da erst bei unserer Korrektur gesehen haben. Wir haben es ja hier drüben immer wieder gesehen. Übergekauft, Korrektur wieder nach oben hingestiegen, zum Beispiel so wie wir es da drüben hatten. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt hier noch relativ tief runter gehen. Also wenn wir hier in diesen 30er-Bereich runterfallen sollten, wären wir hier wirklich in dem Bereich von 39.000 S-Dollar. Ansonsten Aufwärtsstruktur ist meines Erachtens noch nicht gebrochen. Wir haben hier noch diesen Abtrend, der an sich noch nicht wirklich geretestet wurde. Da hätten wir auf jeden Fall noch Luft bis ungefähr 42.000 US-Dollar, also 42.000 nochmal WIG nach unten, diesen Abtrend testen. Auch nicht ausgeschlossen. Aber für mich jetzt erstmal, solange wir uns in diesem Trend, sage ich mal, aufhalten, solange die Trendlinie hält, solange wir uns in dieser Art Bull-Flag weiterhin konsolidieren oder jetzt ein Retracement nach oben hinkriegen, bin ich weiterhin, sage ich mal, neutral bullisch eingestimmt, dass es jetzt einfach die notwendige Korrektur war, die wir erwartet haben. Wir haben auch noch kein signifikant höheres Kaufvolumen hier reinbekommen. Also es wird jetzt spannend, wie sich jetzt so über den Tag die Kurse verhalten, ob wir weiter nach unten dampen. Die Kurse dürften sich jetzt eingependelt haben in dem Sinne, wir haben die Fett-News verarbeitet etc. pp. Also tiefer denke ich jetzt erstmal nicht, dass wir jetzt nochmal extrem runterfallen, aber trotzdem kleinere Zeiteinheiten, vielleicht mal die 40k noch nicht wirklich langfristig abschreiben, die Möglichkeit bestünde, sobald wir hier wirklich nochmal unter diesen Trend hier drunter fallen sollten. Gut, mehr gibt es zu Bitcoin nicht zu sagen, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hat die Bearish Divergence im Endeffekt jetzt mal ausgespielt. Nachdem wir es hier tagelang nicht wirklich übers 0,5er drüber geschafft haben, konsolidiert sind, natürlich dann auch der Dump in Anführungszeichen in Richtung 3.200 US-Dollar. Kurzfristig waren wir mal bei 3.150, es war aber auch so die Zone, wo ich so über Tage gesagt habe, 3.150 so dieses letzte High bis ungefähr zum Monatspivot 3.050. Das sind so die Zonen, wo ich gesagt habe, okay, hier bestünde die Möglichkeit. Auch der RSI hier deutlich überverkauft mittlerweile, aber so richtig Kaufvolumen kommt hier noch nicht wirklich rein. Wichtig, was mir jetzt noch aufgefallen ist, wir haben hier dieses Void da drüben, haben wir noch geschlossen, also wir hatten dann hier diesen kleinen Bounce, ich zeichne das euch mal ganz kurz ein auf dem 4-Stunden-Chart in dieser kleinen Demand-Zone. Eigentlich perfekt gehalten, Void wurde geschlossen, also ist das schon mal zumindest abgeschlossen. Wir könnten jetzt auch hier erst einmal ein Retracement nach oben hin sehen, vielleicht die Ribbons nochmal antesten bei 3.300 und dann mit viel, viel Glück und Wunschvorstellung dann wirklich mal hier einen doppelten Boden bilden und versuchen, einen neuen Anlauf nach oben hin zu starten. Wir haben jetzt schon wieder so viel 4 im Markt, wie viele Leute jetzt schon wieder hier von 30k oder so reden, das ist wirklich krass. Gestern wären wir noch auf 60k gelaufen, jetzt sind wir plötzlich wieder bei 30k. Lasst euch nicht verunsichern, macht eure TA bzw. lasst euch nicht zu viel von anderen, sag ich mal, einreden, ja, jetzt Riesen-Crash und sowas, wir gehen jetzt wieder runter. Genau das soll diese ganze Struktur, sag ich mal, bewirken. Crash, alle werden bearish etc. pp. Gut, mehr gibt es bei Ethereum auch nicht zu sagen, schauen wir uns jetzt noch ein paar Altcoins an. Cardano hat unseren Bereich getroffen. 1,05, 1,06 Monatspivot plus diese ehemalige Demandzone. Auch hier könnte ich mir noch wirklich vorstellen, dass wir nochmal diesen Bereich um 1 Dollar sehen. Andererseits wäre es sehr, sehr offensichtlich, wirklich, dass wir in diesen Bereich hier nochmal fallen sollten. Ist dir jetzt einfach nochmal in diese Box gefallen. Unsere Konsolidierungsphase haben wir damit nach unten hin durchbrochen. Aber gut, ist alles, sag ich mal, noch im Rahmen. Monatspivot getestet. Auch hier bräuchten wir jetzt erstmal genügend Volumen, sag ich mal, damit wir jetzt auch hier wieder ein kleineres Retracement sehen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sehen, dass wir hier oben gleich wieder rejected werden an dieser Konsolidierungsphase. Wenn dann wirklich nur, um doppelten Boden zu bilden und dann weiter nach oben hin zu steigen. Ansonsten sieht es auch relativ gut aus. Also auch hier mache ich mir erstmal keine Sorgen. Nachdem wir einfach diese Rally hatten, auch bei Cardano und bei den anderen Coins, ist es halt mal normal, dass wir einfach wieder mal eine kleinere Korrektur sehen. War vorhersehbar. Und Cardano haben wir auch die ganze Zeit schon drüber gesprochen, die 1 Dollar Marke einfach nicht abschreiben. Das wären für mich weitere nochmal Nachkaufzonen, die wir einfach im Blick halten sollten. XRP hat den Abtrend gebrochen. Auch hier, wir hatten zwar hier eine kleine Konsolidierung am 200er SMA, aber XRP, ich weiß nicht, bin ich kein Fan vom 200er SMA zu traden, gefällt mir überhaupt nicht, bin ich ehrlich. Sieht eher, wir sind auch hier in so einer No-Trade-Zone, sag ich mal. Also hier ist keine wirkliche Unterstützung, sag ich mal. Mal klar, wir haben hier immer wieder Widerstand, mal kurz Support, aber so richtig gefällt mir das nicht. Dann eher so in diesem Bereich bei 0,70 Dollar. Also hier für mich momentan kein Trade möglich. IOTA, relativ das gleiche Spiel. Also wir haben jetzt hier, hoch, der ist ein wenig falsch eingezeichnet, unseren Abtrend auch nochmal. Gere-Testet, sag ich mal. Wir hatten zwar einen WIG drunter, aber keinen 4-Stunden-Close da drunter. Also der Abtrend hält auch hier momentan noch. Wir haben auch noch, wenn wir dieses hoch da unten jetzt, oder dieses Tief mitnehmen, können wir sagen, okay, wir haben ein höheres Tief nochmal gebildet. Aber gut, wird sich zeigen, auch hier momentan. Ich halte mich momentan. Das war auch der Grund, warum ich die letzten Tage immer so gesagt habe. Ich halte mich von den Altcoins ein wenig fern, was Traden anbelangt. Altcoins fallen halt einfach. Und wenn man bei Bitcoin von der Korrektur ausgeht, dann tradet man einfach nicht Altcoins. Einfach aus dem, oder halt Short. Aber ihr wisst, ich gehe ungern Short in solchen Marktphasen. Müssen wir mal schauen. Deswegen habe ich gesagt, halte ich mich davon momentan fern. Litecoin gefällt mir eigentlich relativ gut. Also wir haben hier einen perfekten Bounce momentan in unserem Golden Pocket. Also von unserem Korrekturlevel bis hoch zum High. Perfekter Bounce im Golden Pocket. Hier könnte ich mir jetzt auch erstmal vorstellen, und das wird jetzt erstmal ein Bounce, außer auch ein Retracement zumindest in Richtung Monatspivot bei 118 US-Dollar sehen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, hier nochmal Swing-Position nachzulegen. Müssen wir mal schauen. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut, solange dieses Golden Pocket hier hält. Gut, mehr gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht zu sagen. So alle Altcoins relativ unten, Trends gebrochen. Also klar, wir sehen jetzt hier überall kleine Retracements wieder nach oben hin. Aber gut, nach so einer Korrektur teilweise die Altcoins gestern 10% nach unten gehen gefallen. Passiert halt. Gut, ansonsten noch ganz kurz die News. KuCoin lanciert KuCoin IGO, um Millionen von Nutzern NFTs im Spiel anzubieten. Yay, noch mehr NFTs, noch mehr Spiele. Uh, das hat Pikachu, dann wird es interessant. Pikasta. Hm, Pokémon-Fans hier draußen. Ja, wenn euch der Artikel interessiert, schaut bei CryptoGuru vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten, heute Abend, 19 Uhr, Livestream. Ich freue mich drauf. Wir hören uns dann heute Abend wieder. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Und wie immer, ähm, schönen Tag. Bis heute Abend. Stay Crypto. Ciao, ciao.